Herzlich Willkommen zurück zu DirtBow und ich habe rausgefunden, wie ich mir Linking-Books mache. Und zwar brauche ich dafür Leder und mehr Tinte. Und die Tinte wird ein Problem. Ich hoffe, dass ich noch Black Dye habe. Zwei. Das heißt, ich kann mir noch... Äh, warte mal, ich muss mal eben zwei Wasserflaschen holen. Ich kann mir noch einmal Farbe machen. Das ist nicht so gut. Eigentlich brauche ich mehr Farbe. Ich muss mir mal Tintenfische jagen. So, kriege ich ein Inkweil. Und zwar brauche ich dafür ein Linking-Panel und ein Leder. Das habe ich ja. So, und zwar muss ich das... So, nee, stopp. Falsch. Ich muss erstmal hier rein. So, dann kriege ich das Link-Panel. Und muss dann so und einmal so machen. Und dann haben wir das. So, und das hier muss ich einmal hier rechts klicken. An der Stelle werde ich dann jetzt zurückgeportet. Und das muss ich immer mitnehmen. Also, das bleibt aber auch immer in der Dimension, wo ich hinabhaue. So. Jetzt nehmen wir uns den Bookbinder. Nehmen wir nicht. Wir nehmen uns erstmal das Notebook und suchen uns schöne Seiten raus. Ich habe noch nicht genug. Wie kopiere ich das nochmal? Ich möchte das kopieren. Copy that, Cheat. Copy it. Copy it. Dass das nicht geht, ne? Das, äh... Stört mich extrem. Das war irgendein doofer Klick. Oh, man kann sich das auch sortieren lassen. Das ist ja schön. Nee, viel Sucks. Das ist cool. Ähm... Sunset Color. Was ist denn Tiger? Oh, Moment. Nee, ich habe das jetzt nicht... Nee, ich habe Sunset Color schon 50 Mal. Okay. Pack es halt hier rein. Ähm... Oh, Moment. Jetzt habe ich wieder einen... Ich möchte eine Oasis. So. Und habe ich irgendwas, was kein Biom ist, sondern irgendwie Sterne oder Sonne? Weil das wird übelst... Das wird übelst abstürzen, die Dimension. Weil ich halt keine Sterne, keinen Mond, nix habe. Und das wird übelst ekelhaft gleich. Versuchen wir es mit diesen beiden Seiten und dem Link-Panel. So. So, dann haben wir nämlich ein Descriptive-Book. Was ich noch nicht benannt habe, das kann ich, glaube ich, hier machen. Nee, kann ich gar nicht. Ist gelogen. Das kann ich, glaube ich, hier machen. Hätte ich da machen können. Egal. Gut, ich habe einen Link-Book. Das jetzt mal da hinpacken. Werde vorsichtshalber. Ähm... Das nehme ich mit. Das lasse ich hier. Eine Pouch werde ich mitnehmen. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Äh, ein Schwert wäre nicht schlecht. Obwohl, ich kann auch direkt das Link-Book einfach öffnen, wenn es eklig wird. Und dann... Versuchen wir es mal. Und das lädt jetzt erstmal. Das ist immer so bei der neuen Dimension. Wir werden gleich sehen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Hallo? Mein Inventar ist auch noch nicht geladen. Okay, das sieht lustig aus. Das hat Schachmuster. Was ist das für ein Baum? Palmwood. Okay. Das ist unsere erste selbst erstellte Dimension. Ist noch sehr normal. Natürlich über Monster. So, soweit ich merke, dass hier irgendwas komisch wird, werde ich das Buch benutzen. Oh Gott. Das ist echt lustig. Was ist denn hier passiert? Was ist das da? Was ist das da? Schwamm? Das ist Schwamm. Lol. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwie interessant ist. Weil das ist ja noch relativ normal. Aber wir haben Mistcraft mal gemacht. Und könnten... Wenn ich jetzt bald coole Seiten habe, kann ich mir coole Dimensionen machen. Um zum Beispiel... Jetzt haben wir hier keinen Himmel. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Alter. So gewittertsvoll. Ich werde mir jetzt mal so ein Haus suchen. Wir spawnen über so Häuser. Und sobald ich merke... ...dass hier irgendwie was komisch abgeht. Was ist das da? So ein Kristall. Fertig. Abhauen. Weil in den Dimensionen kann ordentlich was schief gehen. Das ist ein Enderman. Ich suche aber so ein Koppelhäuschen. Das ist das Schachmuster auf der Map, das... Huch. Slacked. Okay, slacked hart. Welch eine neue Dimension? Bei einem Ander wird wahrscheinlich jetzt auch übel slaggen. Ich nehme jetzt schon zu unchristlichen Zeiten auf. Da kann man auch mal ruhig Lacks hinnehmen. Ich will doch nur so ein Häuschen. In der Räume. Die eigentlich random spawnen in Mistcraft-Dimension. Das ist aber jetzt blöd. Der Weltaufbau dauert ewig. Hm. Es gibt auch einen Trick, weil ich brauche ja iridium ore. Leider gibt es den Mistcraft-Trick hier nicht mehr. Es gibt nämlich eine Endstone. Oh, Quicksand. Oh Gott. Geh mal weg mit Quicksand. Aber warte mal. Quicksand. Oh, meine Hand ist weg. So hart am lecken. Das leckt richtig hart. Ich bleib mal hier stehen. Das Amno noch da. Die ist nur da. So. Ein bisschen Treibsand mitgenommen. Ich dachte jetzt, das wäre so ein Häuschen. Aber es ist nur Lava. Mann. Relativ normale Dimensionen. Bis auf das Schachbrett. Wo ist denn so ein Haus? Kannst du doch nicht machen. Ey, ernsthaft? Wo ist so ein Haus? Ich brauche doch Seiten. Ich würde doch nur Seiten haben. Hallo? Hallo? Ich erinnere meinen Baggen hier übelst rum in der Dimension. Ah, nee. Ich will auch jetzt weiterhin nicht hier rumlecken. So. Okay. Aber wir haben Miscraft am Laufen. Ich würde dieses H, glaube ich, zerstören. Oh, es leckt hart. Ja. Es tut mir echt leid. Was geht wieder? Wenn der Gleiter geht, dann geht es eigentlich wieder. Gut. Das ist ein Test Age. Aber es läuft. Miscraft läuft. Wenn ich Seiten habe, können wir dann neue Dimensionen machen. Haben wir die Folge was geschafft. Nächste wäre eigentlich Soundcraft. Und da habe ich keinen Plan von. Also richtig keinen Plan. Da muss ich mir so einen Beginnerguide noch durchlesen. Was wir sonst machen könnten. Ich habe eine Liste. Ich muss noch mein ME-System umbauen. Und das mit Obsidian umringen, damit das geschützt ist. Sonst. Ich muss sagen, meine MFEs eigentlich sind hier mittlerweile voll. Die Lava ist zumindest wieder voll. Oh, Exo kommt auch nochmal online. Was zur Hölle? Ich sage ja, unchristliche Zeit. Und. 879.000. Gut. Christus ist jetzt wieder gebacken, wenn nicht ich... Ich habe jetzt keine Kabel in der Tasche, ne? Nö, aber das ist meine Axt, die ich gesucht habe. Die habe ich gesucht letztes Mal. Ist super für Bäume. Fällt mir ihre Holzstücke gleichzeitig. Ich lasse sie noch ein bisschen laufen. Ich lasse sie noch ein bisschen füllen. Okay. Was machen wir denn sonst so? Wir können uns einen Ort für den Zaubererturm aussuchen. Ich hätte da schon Bock drauf. Aufpassen, die tun weh. Wo könnte man den hinpacken? Das ist mein Smeltory. Da ist der Baum. Der geht auch schon so hoch. Eigentlich habe ich mir gedacht, hier so. Sieht eigentlich ganz geil aus, glaube ich. Wenn ich hier einen Ausgang aus dem Haus rausmache. Geht das überhaupt? Das geht leider gar nicht, ne? Doch, das geht. Hier ist ja noch gar nichts. Das würde sogar gehen. Heißt. Ich würde hier... Mittig. Wahrscheinlich mittig, ey. Das Glas kaputt machen erstmal. Und hier dann eine Tür zum Magiaturm machen. Oder? Oder? Wie ohne Schaufel. Ähm. So random. Okay. Ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, Quicksand. Können wir damit sterben? Man geht unter. Aber nicht tief genug, wenn man auf Boden steht. Das dachte ich mir. Aber ist cool. So haben wir schon mal ein bisschen Treibstand zum Trollen. Sehr gut. Ähm. Ich kann das ja erstmal weg. Zack. Ich habe noch einen Inksack. Äh. Gut. Dann müssen wir jetzt auch, wie wir Unlinked Books machen. Ähm. Magiaturm. Da brauche ich Basalt. Und wir möchten ja in den Farben bleiben, denke ich mal. Habe ich gar nicht so viel Basalt von. Äh. Und Mabo. So. Vielleicht noch ein paar davon. Man weiß es noch nicht. So. Bevor ich was anfange, möchte ich es eigentlich ordentlich vorbereitet haben. Oh, und. Damit das alles schneller geht. Moment. Erstmal muss ich da ein Marble, also da ein Marble, da ein Dings. Äh. Dann kann der weg. Ich habe N zu 4 mitgenommen. Eigentlich kann ich nicht. Eigentlich kann die Axt weg erstmal. Ender Pouch. Axt. So. Denn ich werde jetzt noch was mitnehmen. Einen Wand. Und zwar den Builders Wand. Der ist nämlich super. Den findet man in Dungeons. Kann man bestimmt auch so craften. Aber der ist super zum Bauen. Weil hier. Kann man jetzt einfach so machen. Und ersetzt ein 3x3 Feld. Eigentlich ganz cool. Und das kann man halt bestimmen. So. Warte mal. Weiß noch nicht, wie ich den Magier Turm mache. Turmmäßig halt. Also ein Kreis bauen in Minecraft. Ist ja auch schon wieder eine Kunst. Irgendwie weit weg. Okay. So. Eigentlich kann ich jetzt schon den Builders Wand nehmen. Den kann ich nämlich so. Oh. Oh. So. Und zum Magier Turm gehen dann natürlich auch. Eine magische Tür. Gibt es nämlich auch. Okay. Ich denke, das ist... Ist das weit genug weg? Das kann doch ein Stückchen nach da so, ne? Theoretisch. Das Problem wird jetzt so da, wenn ich schräg baue. Sieht das nicht aus. So schräg bauen ist in Minecraft immer kacke. Wie machen wir das? Wenn wir nicht den Turm dann wieder hier so einen Eingang machen. So einen schrägen. Kann ich das wie hier vorne nur wieder machen? Hier vorne habe ich ja auch zwei Türen. Das ist doof. Der Turm soll ja nicht direkt von außen. und begehbar sein. Da müssen. Sollte schon. Das heißt, ich werde das auch noch alles zumachen. Mit Glas wahrscheinlich. Oder so. Ich kann den Turm natürlich auch. Jetzt ein bisschen hier hin. Ob das ein bisschen schräg läuft. Und hier am Rand dann noch später irgendwie Zaun oder irgendwas, was... hoch geht. Oder so. Ihr merkt, ich habe voll den... planen, was ich hier mache. Wie würde das denn aussehen, wenn man so macht? Dann da den Turm hin. Ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, so werde ich das tun. Tun. Oder wirklich ein Turm werden. So. Hier mache ich jetzt breiter. Sieht bestimmt voll kacke aus, aber den Weg kann man ja noch verschönern. Hauptsache, der Turm hat erstmal einen Standort. Okay. Der dann hier so hoch. Okay. Sehr schön. Dann wird meine Basis ja schon riesig, ne? Und ich brauche nicht viel im Untergrund bauen, weil unter mir ist Wasser. Wäre zwar schön, ich meine, ich kann ja auch. Ich habe das ja hier auch gemacht. Und da, da ist ja meine ganze... Das muss ich hier auch noch machen, theoretisch. Wenn ich denn noch Kabel brauche. Ansonsten sieht man das hier so ein bisschen. Dass ich da so einfach lang gegangen bin. Und manche Sachen bleiben unter Wasser nicht bestehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, wie groß mache ich denn die Plattform? Ist die Frage. Und wie viele Steine habe ich dafür? Jetzt habe ich hier zwei gemacht. Und hier? So. Ja, ich denke mal, das kann man erstmal so lassen. Das ist erstmal der Grundbaustein. Für den Turm. Den werde ich später noch rund machen. Weil ich möchte, dass der Boden genauso rund ist wie der Turm. Dass da gar kein Boden drumherum ist. So. Noch ein bisschen. Ich weiß gerade gar nicht. Wie das dann aussieht. Symmetrisch. Gott. Symmetrisch bauen in Minecraft. Das kann ich nicht. So. Wir haben, sag ich mal. Hier den Turmeingang. So. Und ich möchte hier die Wände haben. Oder? Nee. Noch ein Stückchen nach hinten. Das ist voll spannend. Und deswegen wisst ihr, warum ich eigentlich im Server mal aufnehmen möchte. Aber gerade ist es zu spät. Und vielleicht zu laut. Die anderen dabei sind. Zwei. Deswegen bin ich auch ein bisschen leiser. Weil. in christliche Zeit und so. Ich hab's schon mehrmals gesagt. So. Und hier. Müsste dann die andere Wand hin. Ist ein bisschen klein der Turm, ne? Aber es reicht eigentlich für Soundcraft. Reicht das für Soundcraft? Ich weiß es nicht. Wenn man das jetzt so macht. Ist das dann halbwegs rund? Hm. Hm. Nee. Hä? Jetzt gemacht. Moment. Nee. Was passt hier nicht? Nee. Der passt proportionstechnisch gar nicht. Der muss immer weg. Der passt gar nicht. Hallo. Junk, der auf der Karte nicht lädt. Ich hab immer einen Junk, der nicht lädt. Keine Ahnung. Passt immer der gleiche. Okay, warte. Wir zählen mal die Blöcke ab. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann sind das noch drei. Das sind elf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, vielleicht wird der deswegen nichts. Äh. Oh. So. Jetzt haben wir elf. Ich glaub, es muss eine gerade Zahl sein, damit das aufgeht, ne? Ja, machen wir die nochmal einen breiter. Hä? Hm. Der Weg schmaler machen würde gehen. Ich weiß nicht. Kinders, ich weiß das doch nicht. So. Hier ist eine Wand. Also eine Tür. Also, ne? Ah, so. Jetzt hab ich da vier. Warte mal, wie viel muss ich denn in die Richtung noch? Dann muss ich so noch. Dann hab ich fünf. Drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Das müsste jetzt passen, ne? Eins, zwei, drei. Ist da immer einer zwischen? Ne, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh. Äh. Das sieht doch schon mal besser aus. Und jetzt können wir den Rand drumherum. Das muss man wegmachen. Den braucht kein Mensch. So, die sind doch Steine, die wir brauchen. So. Weg damit, weg damit. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen lang gerade. Aber irgendwie muss ich die ja füllen. Kann ich wenigstens den Grundstein zum Magiaturm. Kann ich sagen, dass wir den schon gelegt haben. Ist ja wirklich der Grundstein. Ich weiß noch gar nicht, wie hoch ich den bauen will. Vor allem muss ich den außen ja auch schick gestalten. Und so. Gut. Dann kommt hier eine Tür rein. Dann geht das immer weiter hoch. So. Und die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob ich das dann aufnehme. Ich glaube, das mache ich eben so. Ohne aufnehme. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwie in der nächsten Part wieder oder so. Bis zum nächsten Mal bei Dirtbound. Ich weiß noch nicht, ob ich dann den Turm vielleicht schon höher gezogen habe oder so. Auf jeden Fall habt ihr mitbekommen, was ich jetzt machen werde. Äh. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. �